hallo zusammen hier ist der kelvin und für all diejenigen die mich nicht kennen die lade ich gerne mal ein sich zu ergoogeln wer der kelvin überhaupt ist beziehungsweise was er macht das sind ganz ganz viele dinge aber in diesem video soll es gar nicht um mich gehen sondern um den andreas um den andreas aka mr t und ich will euch ganz ehrlich sagen mit diesem video will ich mich nicht nur bei ihm bedanken sondern ihn auch von ganzem herzen empfehlen ich empfehle den andreas nicht nur euch sondern auch meinen engsten familienmitgliedern also selbst meine frau war bei andreas und noch viele andere und ich sage immer wieder den gleichen satz geht zu andreas und es klappt geht zu andreas und es funktioniert zu 100 prozent egal ob du abnehmen willst dich besser ernähren willst egal ob du auf die bühne willst weil du schon sportler bist völlig egal der andreas hat eine fachexpertise die ist kann man sagen pervers die ist fies die ist gemein das ist abnormal und das krasse ist es geht ja nicht nur um fachexpertise der andreas ist ein typ der bringt dir das so rüber und darum geht es du hast danach bock in handlung zu kommen du hast danach bock was zu verändern und daher kann ich euch echt nur empfehlen investiert zeit in andreas aber investiert auch gerne geld in andreas wenn man es ein bisschen technischer sehen will oder ein bisschen wirtschaftlicher das spielt die beste rendite ein daher fette empfehlung mr t andreas drehenbacher personal trainer aus karl Greene Vielen Dank.